hi leute heute hier ein test und zwar habe ich mir was gegönnt und zwar jetzt ist sommer jetzt ist august und da habe ich mir gedacht ja kann man ein bisschen so ein bisschen geld verbraten da habe ich mal angebot gesehen habe für 24 euro diese action cam das ist jetzt eine vollwertige action cam kann sogar 4k aber nur 10 frames wie hinten drauf steht und ja die möchte jetzt einfach mal hier gerade party mäßig also weil ich gerade zeit habe einfach testen gegenüber die gopro 6 von dir wo ihr gerade die aufnahme hier seht und ja was das teil hier so kann weil ich möchte ich habe es überhaupt aus dem einzigen grund gekauft weil ich irgendwie für irgendwie so richtige trecks auf aufnahmen also richtig trecks aufnahmen was das wort ist sprich wenn es dreckig ist irgendwo im erdboden drinnen oder sowas wo ich meine gopro die ja doch 500 euro oder noch was gekostet hat zu schade ist sehen ob hier so eine 20 euro kamera ob die hier so einen ersatz bieten kann und das möchte ich euch hier mal zeigen im vergleich zwischen gopro 6 und gopro ja eigentlich keine gopro sondern der ae silver slice oder wie sie heißt gut dann viel spaß ja hallo leute heute hier der test zwischen der gopro und der ae silver slice oder wie man es ist ganz genau genau und ja jetzt wird er besser sonnenqualität aber dann haben die kann man das ehre gespielt und ja da haben wir ein paar testaufnahmen immer abläufig mit gopro also einmal mit der gopro 6 und einmal mit der ae und 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oh mein Gott. Das war's für heute. hier noch mal zum schluss also hoffe ich die hat euch gefallen hier den test dieser action cam her und ja wenn ihr noch weitere videos sehen wollt dann könnt ihr natürlich auf dem kanal videos finden und wenn ihr natürlich für die neuen videos immer up to date sein wollt dann drückt hier oben diesen abonnieren button da gibt es weitere videos von mir und von hier der lissi das ist natürlich auch immer voll am start und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen tag macht's gut wieder schauen und tschüss euer alexander im nächsten letzten fünf minuten mit der lissi natürlich und